Oh, das muss man hinstellen. Guten Morgen, frohe Ostern. Der Erste, der wach ist. Ach nein, er war ja auch schon wach. Habe ich ihn gepresen, ne? Jo, Frau Osternklopfi. Da gibt es noch einen Knochen, ne? Ja, Leon, ich weiß nicht, guck mal. Der Osterhase hat irgendwie was abgegeben hier. Ja, Lulu schläft noch. Das ist klar, ne? Ein paar Socken. Ein paar Socken, ja, du hast schon lange keine mehr gekriegt. Oh, schön. Ein paar bunte oder farbige Sportsocken. Die sahen erst so groß aus. Aber, ach nee, wo ist das? Sind die nicht ein bisschen lang? Das zieht man jetzt ja so an, ne? Ja, aber ich fand, ich fand das Muster, ich weiß nicht, wir können ja mal einen, ich fand das ganz cool. Ja, das ist doch ganz schön. Ne? Ja. Oh. Ach, Idiot. Könntest du sogar anziehen. Fein, was der Osterhase alles so bringt, ne? Ja. So, guck mal, Leon, was ich für dich habe. So, danke. Ein Häschen. Schön. Ein Berliner Häschen. Ja. So, jetzt ist Frühstück, ne? Hier, Papa ist auch da. Frohe Ostern. Sitzt neben der schönen Ostertasche und die schläft immer noch. Aber die machen wir gleich auch wach. So, die Sonne ist da und Lulu ist auch da. Endlich wach. Frohe Ostern, Lulu. So, guck mal, der Osterhase hat hier was reingeschmissen. Oh. Oh, wie süß. Oh Gott, aber es steht irgendwie nicht richtig. Oh. Ein, ähm, äh, wie ist das? Ja, du wieder, ne? So ein Pulli. Pulli mit Löchern. Ja. Und dann ist, da ist irgendwie noch was im Ärmeln, Renne. Oh. Oh. Dankeschön. Ja, das ist ja vom Osterhasen, ne? Hast du schon alles durchgeguckt in die Tasche? Oh. Oh. Hallo. Mit Bambi drauf. Und, riecht gut? Riecht gut. Aha. Reiß auf. Na. Theo. Yes. Hier. Wie heißt das Hündchen nochmal? Susi. Ah ja, stimmt. Ich finde den Streifen auch nicht. Ja. Oh. Na, dann. Frohe Ostern. Frohe Ostern. So, und Lulu möchte noch ein paar Eier suchen, aber da müssen wir die natürlich erst mal verstecken, weil du weißt ja, dass der Osterhase die nicht versteckt. Da ist der Osterhase. Zumindest, der versteckt die nicht mehr für die großen Kinder, ne? Ja, dann. So, also ich mach das mal. Und nachher gibt's noch ein Pingpong-Duell. Hm. Du willst sie ja gar nicht finden. Das ist ja auch ein bisschen leichter, ne? Hier. Los geht's. Ausflügt. Drinnen hast du gedacht? Trägt mir doch nicht. Hä? Nein, ich dachte, bei so einem Zeug hier. Ach so, nee. Du solltest ja auch nicht gucken. Der Geist findet der Osterhase. Vielleicht hilft der Dir. Oh, das ist doch nicht so. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, du hast alles. Nein. Nein? Nein. Sag doch mal, Klappe, oder was? Klappe, du darfst mal suchen. Klappe, wie ich mal? Mal suchen. Such den Osterhasen. Ich glaube, jetzt hast du wirklich alles. Ja. Boing. So, Ostern ist Sporttag. Jetzt wird, Lulu macht schon. Ja, und gleich mit dem Kopf gegen Roller hier. So, und wir restlichen werden gleich eine Runde Tischtennis. Geht ja, regnet ja nicht. 2-0, 0-2. 7-0. So, und dann wird natürlich abgeschlossen mit Grill. So, jetzt ist Ostermontag. Und, ja, heute chillen die beiden Oren noch ein bisschen. Schönes Wetter und die chillen noch. Unfassbar. Dann chillt die eine. Da chillt der andere. Doch, ich fahre gleich bei uns zum Fußball. Der hiesige Dorfverein spielt im Nebenort. Es will natürlich keiner mit. Ist ja klar. Ist ja klar. Wir wollen lieber chillen. Naja, was die so machen, das erzählt euch später, Kloppo. Nicht wahr? Oh, doch, du nödi. Scheuchst dir sie gleich mal da oben raus. Und die will auch noch chillen. Nun ja. Bis später. So, und was macht man an einem Ostermontag? Wir haben gefrühstückt. Wir haben, sie hat lange geschlafen. Und jetzt habe ich ihr versprochen gestern, dass ich mal aufs Trapolin gehe. Die Saison ist ja ab. Ich hoffe, ich breche mir nicht beide Beine. Das war die Beine, was du machen. Das ist mein Bestes. Sch성을 Musik Musik Um... Musik 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 du kannst natürlich viel mehr normalerweise wenn ich drauf bin geht er auch auf aber heute nicht scheinbar ja man ist völlig aus der pusten also ich bin natürlich keine sportskanone hier so ist man hinstellen das sieht man also trampolin da guckt sie nur noch deine seitos ich bin ich heute ihr müsst auch gleichmäßig oh mein gott ihr müsst gleichmäßig 3 2 1 ihr lieben wir werden den tag jetzt noch den tag jetzt noch ein bisschen ruhig ausklingen lassen dann denke ich war es das heute auch also wir hoffen ihr hattet schöne ostern wir werden ostermontag heute jetzt noch ein bisschen chillig habe ich ja schon gesagt verbringen ich denke nach kuchen oder outerbanks machen wir nicht mehr aufs sofa hund muss auch noch raus aber wir sagen auf jeden fall tschüss bis zum nächsten video tschüss 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 tschüss